Herzlich Willkommen meine Freunde zu einem neuen Video und damit natürlich auch zu einem neuen Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Heute geht es gegen unsere Freunde aus Hannover. Ein neuer Dreier muss natürlich eingefahren werden. Ganz klar Hannover in der Rückrunde. Ja, weiß ich nicht, Digga. Muss das? Also die drei Punkte sind auf jeden Fall Pflicht. Natürlich kein Blut an unsere Freunde aus Hannover. Diese Fanfreundschaft wird ja nicht nur von allen so gelebt, aber von mir auf jeden Fall. Ich finde das klasse. Alle Hannoveraner, die 3000 laut Pressekonferenz sind zu meiner Sicht natürlich herzlich willkommen. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber ich bin über jeden einzig froh. Das Stadion wird heute, Digga Backe voll. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Hoffentlich richtig, richtig geile Stimmung. Und ja, wie gesagt, viel Spaß. Das Finale und da haben Sie am vergangenen Sonntag gegen den Abbruch von VfL Wolfsburg mit 2 zu 1 gewonnen. Und heute sind Sie die Die Abbruch von VfL Wolfsburg. Das war's. 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 Das war's.